Der Kreuzfahrtdampfer AIDA Aura wird nach 20 Jahren Dienst jetzt ausgemustert. Über 800 Reisen rund um den Globus hat das Kreuzfahrtschiff für die Rostocker Reederei unternommen. Dabei hat es wohl dem einen oder anderen Reisenden unvergessliche Momente beschert. Mit den Superlativen der Kreuzfahrtbranche kann die 200 Meter lange AIDA Aura nun nicht mehr mithalten. Bereits im vergangenen Jahr wurden drei Kreuzliner der einst 14 schiffstarken Flotte ausgemustert. Die Anzahl der Betten ist jedoch durch die Einflottung neuerer und größerer Schiffe, wie zuletzt der AIDA Cosma, deutlich gewachsen. Seit dem 9. Januar ist die AIDA Aura nun in ihrer Abschiedssaison unterwegs. Dabei wird sie ein letztes Mal Besucherinnen und Besucher entlang der Küsten Afrikas und Europas führen. Bis dann im September 2023 der letzte Turn von Bremerhaven über London bis nach Antwerpen ansteht.